Hallo im Jungs und Willkommen zurück hier zu Raft auf Spiegel Gaming zusammen mit Kathi. Na? Na? Alles gut bei dir? Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich anscheinend echt schlecht empfangen bin, gelernt habe. Du siehst auch gerade ein bisschen nervös aus, du guckst die ganze Zeit auf den Boden, ne? Ja. Guck mal in die Luft, siehst du dann anders aus? Ja. Du siehst die ganze Zeit, guckst hier gerade so auf den Boden. Aber man kann auch nervös sein, weil es ist Nebel und die Wellen schaukeln uns hier gerade ziemlich durch. Stimmt, ne? Wir sind gerade wieder zurück in die Welt gejoint. Oh, nichts kommt. Ich weiß nicht, ob man runterfallen kann. Auf jeden Fall ist der Hai hier direkt bei uns, Leute. Ihr habt uns einige gute Tipps geschrieben, die wir beachten sollen. Ja, wir haben alle Kommentare gelesen. Danke auf jeden Fall, dass das Projekt bei euch so gut ankommt. Der Barlow Alex hat zum Beispiel geschrieben, ich mag es mega, wie ihr zwischen euren Sichtweisen wechselt. Macht das Ganze sehr interessant. Danke an dich, freut uns zu hören. Franzis Bellaell hat auch geschrieben, ich liebe diesen Format, sehr cool. Und der Lorenz Dienemann hat einen wichtigen Tipp geschrieben, wir müssen einen Anker bauen, dass euer Boot nicht wegschwimmt. Oh, guck mal, was da drüben ist. Guck mal, guck mal, guck mal. Kannst du in meine Richtung gucken? Ähm, ja, kann ich. Da ist so ein Hausboot oder sowas. Oh ja, stimmt. Siehst du das? Ja, ja, da ist was. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Ähm... Hast du nicht so ein Paddel gehabt? Kann wir das irgendwie beeinflussen? Ja, ich hab eins, aber das wird niemals reichen. Ich möchte da hin. Aber ich muss kurz einmal das hier einsammeln. Oh, ich muss hier, ich ertrinke, ich ertrinke, ich ertrinke. Oh nein, nein, nein. Wieso ertrinkst du? Was? Wo ist Wasser, wo ist Wasser, wo ist Wasser? Ich brauch Wasser. Du verdurstest, meinst du? Nein, ja, 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 schnell, 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 schnell. Ich verdurste, nicht ertrinken, ja. Äh, ich hab einen Eimer, ich hab was, blablabla, ähm, Süßwasser füllt. Und, ähm, wie trinke ich jetzt oder links? Äh, links, links. Boah, blablabla, hier fast gerade hier. Okay, und essen brauch ich auch. Oh, ich hab ganz vergessen, dass wir hier in Panik eigentlich waren, meine Fresse. Stimmt, ich hab das auch vergessen. Scheiße, ich brauch immer noch dringend sein. Hier, da ist noch ein Fisch, da ist ein gebratener Fisch. Wo ist der gebratener Fisch? Auf dem Grill. Makrele, perfekt. Die können wir auch noch essen. Aber wir brauchen ein, ein, ein Netz, habt ihr geschrieben. Und eine Anbaufläche, hat zum Beispiel Sebastian1906 geschrieben. Also, danke für alle eure Kommentare. Wir lesen ja auch in Zukunft alle weiter. Ah, hier, Wurfanker. Für den Anker brauchen wir noch Seile mehr. Und dann können wir uns schon eins machen. Seile. Ja. Oh, oh, mein Essen. Aber wir brauchen, ganz wichtig, brauchen wir ein Netz. Aber die Frage ist, wie wir unser Netz machen. Weil ich sehe hier gerade noch kein Netz. Weil damit sammelt man automatisch Sachen ein. Was ja auch super sinnvoll ist. Vielleicht, was mir heute auch Leute geschrieben haben, man craftet gar nicht alles hier, logischerweise. Sondern es gibt extra crafting Tische. Und ich glaube, das ist der Forschungstisch. Wobei das ist nötig, um neue Gegenstände zu erforschen. Also das Ganze ist noch viel aufwendiger, als wir das bisher gemacht haben. Ja. Oh, Alter, immer wenn du ein Fass siehst, Bescheid sagen, okay? Immer wenn du ein Fass... Ja, ja, ich hab jetzt gerade mal gegessen, schnell. Okay, aber wenn du ein Fass siehst, immer, weil da war gerade eins, was wir verpasst haben, wir müssen alles einpacken. Ähm, alles, was du hier hast, immer schön... Oh Gott, alles... Oh Gott, der Hei, komm mal hin. Oha. Vor allem, ähm, vor allem das ist wichtig. Und wir müssen dann hier auch drum herum bauen, ähm, damit unsere... Genau, das ist, das ist wichtig. Mir fehlt leider Kunststoff fehlt mir, um weiterzubauen. Wir brauchen dringend mehr Kunststoff. Da vorne kommen Fässer. Die sind wichtig, dass wir die bekommen. Ja, die sehe ich. Ich versuche die anzuvisieren. Ich schaue gerade mal, was wir jetzt wohl machen können, um mehr, äh, neue Sachen zu machen. Also das Wichtigste ist, dass wir Metall haben für den Nagel. Einfaches Bett, andere, leere Tasse, Grillreiniger. Ich glaube, wir müssen jetzt Forschungstisch machen. Dafür brauchen wir aber noch einiges an Planken. Also ich glaube, wir müssen... Hier, holst du den, holst du den, holst du den? Ich versuch's. Ich, ich treffe wirklich nicht. Ich kann den per... Ich konnte den per... mit der Hand aufnehmen. Ich berücksichtige alle Chips. Nein! Was? Nicht, nicht, nicht! Hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn! Okay. Es ist alles noch da. Ja, es ist alles noch da, aber es ist nicht gut. Und ich kann nichts Neues bauen hier. Das hast du aufgenommen, sehr gut. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ich habe einen Stein und rote Rüben. Okay. Du kannst mir alles Kunststoff droppen, was du hast, damit ich hier mal ein bisschen drüber rumbauen kann, weil es ist wichtig, dass wir so Sachen nicht alle immer wieder kaputt gehen. Kunststoff hier? Unser Bett hier auch zum Beispiel kaputt. Kunststoff liegt hier rum? Ja, ihr habt Kunststoff bekommen, weil das das Ding ist, so. Jetzt sind hier manche Sachen zumindest mal geschützt, aber wir müssen viel, viel größer, müssen wir heute bauen. Wir müssen vor allem mal schauen, dass wir Wasser haben. Aber, ähm, Wasser kannst du immer wieder einfach nachfüllen. Also immer wieder alles reintun. Tasse voll. Du musst auch immer wieder Planken platzieren unten, weil sonst brennt das nicht. So. Ich kann jetzt bei diesem hier gerade nichts machen. Oh, alles einsammeln, 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 was kommt. Alles mitnehmen. Alles schön einsammeln. Tasse voll, Salzwasser platzieren. So. Das brennt jetzt hier alles schön. Das ist ein, 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 ein Fass. Oh, ich hab das Fass gefangen. Yay! Sehr gut, Kathi. Super. Dein erstes Fass. Warst du dein erstes Fass? Ja. Nein. Okay, zweites, dritte. Kannst du ein Bett bauen, noch eins, oder fehlen dir Sachen dafür? Weil ich kann leider kein Bett bauen. Dann könnten wir wieder Tag machen. Ich schau mal. Weil wir brauchen noch Planke, Kunststoff und... Ich hab noch ein Fass. Boah. Ich geh ab hier. Das ist ja irre. Nägel haben wir genug. Mir fehlen noch zwei Planken und ein Kunststoff. Dann könnten wir noch ein Bett machen. Ähm, Planken kann ich dir auf jeden Fall geben. Guck mal, ich leg die mal hier in die Planken. Ich seh nichts. Sammels lieber wieder ein, okay? Hast du es zurück? Okay. Ja. Okay, leg sie nochmal irgendwo hin. Ja, jetzt seh ich sie, jetzt seh ich sie. Okay. Okay. Kunststoff hab ich nicht. Nur ein Kunststoff noch. Hier kommt doch bestimmt was. Hier, ich hab was, hier hab was. So. Einfaches Bett. Hergestellt. So, jetzt können wir nämlich noch ein Bett hierhin machen. Mhm. Ähm, und jetzt schnell schlafen gehen, okay? Schön schlafen. Jawoll. Oh, oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ähm, okay, ich auch. Wir müssen was essen, wir müssen was essen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen sehr dringend was essen. Ja. Ess ich das jetzt oder du? Okay, ich hab's gegeben. Sorry. Ist du, ist du. Hast du noch mehr Fische? Dann kannst du die wieder reintun. Ja, ich hab noch einen Fisch. Ich leg den jetzt sofort hierhin. Alles schon reinlegen. Ähm. Hier, der Fisch liegt. Äh, trinken. Ich brauch auch unbedingt was zu trinken. Ja, da ist eigentlich Wasser drin, das du nehmen kannst. So. Okay. Und immer wenn du getrunken hast, direkt wieder nachfüllen. Okay? Ja. Ja. Es kommt eine Insel. Wir gehen direkt auf eine Insel zu. Really? Jackpot. Ja, ja. Direkt eine Insel kommt zu uns. Hier vorne ist nochmal... Äh. Komm, komm, komm. Jawohl, ich hab hier nochmal ein schönes... schön ordentlich was eingesammelt hier. Okay, sobald's Essen fertig ist, sagt Bescheid, weil ich muss essen, damit ich das bekomme. Ja. Ich angle schnell mal noch ein bisschen, weil das war der letzte Fisch. Okay, ich brauch noch einiges an Planken. Alles, was du an Planken bekommst. Ich hab dir alle Planken gegeben, die ich bis jetzt habe. Okay, hab ich die fürs Bett verbraucht. Wir brauchen nämlich noch ein paar Planken. Das waren acht Planken. Ja, aber ich brauch's halt fürs Bett. Und der Hai kommt wieder, glaub ich. Oh ja? Bleib weg von uns! Hab's doch verstanden! Wir verbrauchen halt die ganze Zeit so viel Holz, weil der immer alles hier wieder kaputt macht. Ja, der blöde Mann. Und ich kann halt nicht dauernd neu bauen, weißt du? Weil es kostet jedes Mal zwei Planken, wenn ich das mache. Kannst du den Fisch essen, damit ich schnell einen neuen drauflegen kann, weil sonst verhungere ich? Ja. Schön was essen. Sehr gut. Doch, wir sind aber auf dem richtigen Weg sind wir, okay? Wir sind auf dem absolut richtigen Weg. Naja, ich bin wieder kurz vorm Tod, aber ansonsten... Okay, die Frage ist, was machen wir da oben drauf, wenn wir so... Oh, den brauchen wir. Hast du das Fass? Ja, ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ja, wir haben jetzt keinen Anker, ne? Ne, wir haben noch keinen Anker. Okay, eigentlich sollten wir es dann vielleicht gar nicht riskieren, oder? Also, man kann, so einen Anker kann man machen, aber der kostet... Oh, den kann ich machen. Ich hab einen gemacht. Ich hab einen Anker. Hast du? Ähm, warte. Ah. Pick up. Oh, ich hab nur... Da hier, los, bleib, 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 bleib. Ja. Ja. Wie los? Haben wir? Wir sind hier. Okay. Guck hier. Jawoll. Wir haben unseren ersten Anker geworfen. Yay! Yay! Aber guck mal, ich seh auch schon, dass da unten Sachen liegen. Siehst du das? Stimmt. Auf dem Wasserboden. Das Ding ist... Aber der Hai ist hier die ganze Zeit am Starten, ne? Ja, ja. Wir dürfen da nicht hin, wenn der Hai da ist. Guck mal, ich kann uns gleich ein bisschen ranmachen, so. Wo ist der Hai? Dass wir hier die Sachen aufsahlen können. Warte, ist er weg. Soll ich mal da runterspringen? Okay, spring runter, aber du musst es schaffen, wieder hochzukommen, okay? Oh, oh. Ich sag dir, wenn der Hai kommt. Geh runter, dann sag ich... Komm zurück, der Hai, komm! Ich bin hier, ich bin hier! Komm hoch! Ich bin unter Boot! Schnell, komm! Andere Seite vom Boot vorbeispringen! Ja! Geh, hoch, hoch! Bisschen weiter zur Seite! Geh weiter zur Seite! Jetzt springen! Oh Gott! Wo bist du getroffen? Also einmal war da ein bisschen Blut, ja. Puh! Ich muss mal schnell einen Fisch essen jetzt. Ja, sehr gut. Und kannst du noch einen Fisch machen? Ja. Tu den mal drauf und dann mach du die Wache. Oh nein, 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 nein! Nein, ich hab das scheiß Boot noch gerade erst gemacht, Mann! Mann! Jetzt ist es kaputt. Ich hab Glück, Mann! Scheiße. Dammit! Weißt du, wie teuer dieses Bett war? Mann! Okay. Ähm. Hab ich schon meine Steinachs? Ne, hab ich noch nicht. Hier, Steinachs. Dann brauch ich Seile. Kann ich machen. Zwei Stück. Dann kann ich mir eine Steinachs machen. Okay, ich hab eine Steinachs. So, und mit der Steinachs muss ich jetzt eigentlich hier an Land gehen. Die Frage ist, ob man überhaupt an Land kommt. Die Frage ist, kann ich irgendwas machen, um zu heilen? Weil mir geht's nicht so gut. Ja, du musst essen. Essen und trinken. Ja, das hab ich. Wenn dein Essen und Trinken voll ist, dann eigentlich geht das dann wieder hoch. Aber das nächste Essen müsste ich, glaub ich, nehmen. Sonst hab ich keine Probleme. Jaja, das kannst du haben. Ich hab aber auch noch einen fertigen Fisch. Und immer trinken, ne? Soll ich dir einen fertigen Fisch geben? Ja, gerne. Wie kann ich dir den geben? Einfach aus dem Inventar rausziehen. Aus dem Inventar hin und mit der Maus Dragon Drop rausziehen. Guck mal, der fällt jetzt hier vor mich. Ja, sieht genau aus wie ein Fisch. Ich guck jetzt mal, was hier unten ist, ja? Ja. Ich schau mal, was das hier ist. Okay, ich angel dabei ein bisschen. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas ist es, aber ich weiß nicht was. Ich weiß auch nicht. Ich glaub ich brauch irgendwas, um das hochzunehmen. Okay, ich konnte es irgendwie nicht nehmen. Ich weiß nicht, aber ich hätte gedacht, dass man es nehmen kann. Ähm, ich versuch mal... Oh nein, meine Angel ist kaputt gegangen. Ja, dann müssen wir gleich einen neuen machen. Okay, ich kann nicht weiter in diese Richtung gehen, weil unser Anker hier ist. Ähm, die Frage ist... Ich brauche ganz dringend... Ja? Acht Seile und sechs Planken. Für was? Weil wir eine neue Angel machen müssen. Und wenn wir keine haben, haben wir jetzt keinen Fisch mehr. Wir können aber auch Anbauflächen machen. Das haben die Leute auch geschrieben. Wir brauchen Anbauflächen. Und diese kleine Forschungsstation. Oh, ich brauch so viele Planken. Wie viele Planken hast du? Ich habe gar keine Planken. Wir brauchen so dringend Planken. Zwei hab ich. Wir kommen halt nicht da hoch. Ne, das ist ein schlechter Anlegeplatz. Ja, ich hab Scheiße hab ich das gemacht. Aber das Ding ist, wenn wir den Anker wieder einholen, glaube ich, dann geht der kaputt. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal nutzen können. Oh nein, wirklich? Ja, ich kann nur auf Entfernen gehen. Wir kriegen den nicht mehr hoch. Oh. Ich hab's verstanden. Hast du das verstanden? Okay. Ich hab's verstanden. Du musst die einfach zu Fuß einsammeln. Okay? Also nicht zu Fuß. Mit der Hand musst du sie einsammeln. Ja, ich weiß schon. Okay? Schaffst du das gerade? Oh, der halt, der halt, der halt kommt. Ja, ich weiß. Aber es ist jetzt super wichtig, dass du das hinbekommst. Okay? Kriegst du das hin? Ich versuch's ja. Okay. Ich guck grad nochmal, ob wir Waffen noch machen können. Ob wir beiden Holzsperren machen können. Ne, das kostet auch so viel Planken. Wir brauchen einfach endlich dieses Netz. Weil wenn wir kein Netz haben, dann werden wir nie ordentlich vorankommen. Okay. Ich entferne jetzt den Anker. Der Anker ist weg. Mhm. Okay, ich mach uns ran. Okay, wir kommen aber nur ganz langsam ran. Oder ist der Hai schon wieder direkt neben mir? Egal. Hier, okay, sammeln ein. So. Wir müssen jetzt alles mögliche einsammeln. Wir dürfen jetzt nix verlieren hier, okay? Oh, oh. So viel Pressure. Das ist wirklich so wichtig. Weil guck mal, die sind so viele... Überall sind diese ganzen Planken. Und wenn wir die nicht einsammeln, dann werden wir nicht vorankommen. Wir müssen das Fass kriegen. Hast du noch eine Angel? Also einen Wurfhaken, meinst du? Ja, das habe ich. Aber meine Angel ist defekt. Okay. Na! Aber ich komm nicht an das Fass ran. Ich hab nämlich leider keinen Wurfhaken mehr. Und der ist voll teuer. Plastikhaken. Na wobei, der ist nicht so teuer. Ich komm nicht ran. Den konnte ich noch machen. Vor uns kommt eigentlich einer. Ja. Also weißt du was, Kathi? Ja. Jetzt zählt's erstmal, okay? Jetzt zählt's. Jetzt müssen wir beide angeln. So viel es geht. Zeitrapper, los geht's. Ja. Okay, wir haben ein bisschen was eingesammelt, Leute. Und hier vorne ist so eine... Ich sag, es ist ein Piratenschatz. Es ist ein Piratenschatz. Es sieht aus wie ein anderes Floß von jemand anderem. Oder? Ja. Sieht aus wie ein Anker. Ja. Die Frage ist, ob wir da hinkommen. Aber das Ding ist, selbst wenn wir da hinkommen, können wir da nicht wirklich bleiben. Also wir haben keinen Anker mehr und der Anker ist so teuer. Aber vielleicht können wir irgendwas davon klauen. Aber guck mal, da ist so eine Kühlbox drauf. Ja, vielleicht ist da Essen drin. Oh Gott, Essen wär so wichtig. Essen wär so wichtig. Kommen wir da hin? Ich mach mein ganzen... Mein komplettes Ding mach ich grad kaputt, ne? Jeden Moment ist es kaputt. Aber wir müssen das, wir müssen das riskieren. Ich... Soll ich einmal hin? Ne, das schaff ich ja nicht. Doch, komm. Hopp. Du schaffst das. Ich schaff... Nein, ich schaff ich nicht. Oh nein! Ich schaff es nicht. Ich schaff es nicht. Kommen wir da irgendwie... Nein, das bringt nichts. Ahhhh! Das wär bestimmt Essen gewesen. Ja bestimmt. Und jetzt geht's immer weiter weg. Nein! Ich hab ne gebratene Rübe. Gebratene? Ich brauch was zu essen. Ich brauch dringend was zu essen. Die liegt da drauf, die Rübe. Oh, ich hab so Hunger. Kannst du noch was rauftun? Ja. Danke. Wir können es nämlich jetzt unseren Forschungstisch, glaub ich, machen. Okay. Forschungstisch hergestellt. Zack! Hier, ich hab ihn. Ja, und gleich kommt wieder der blöde Hai. Oh, der ist riesig groß. Scheiße. Wo ist er denn? Ich muss ihn noch platzieren. Unser Hai hat gerade nämlich das Bett kaputt gemacht und wir müssen drüber rumbauen. Aber hier! Hier! Da ist nämlich unser Forschungstisch. Was ist das denn? Der darf nicht kaputt gehen jetzt. Öffnen. Ja, ich wollt grad sagen, wenn der Hai gleich kommt, ist der direkt wieder weg. Wir sollen nichts auf die äußeren Planken eigentlich stellen. Wir können Metallschwer machen, Pinsel, Schrotthaken. Dies ist im Grunde das gleiche wie der Kunststoffhaken, aber besser. Er ist schneller, haltbarer und kann weiter geworfen werden. Okay, das ist ne gute Sache. Wir müssen nur Sachen dann reintun, dann können wir es erforschen. Wir brauchen aber halt ein Netz dringend. Metallangeln, einfacher Bogen, Fernglas. Die Frage ist, ob es da irgendwo ein Netz gibt. Was ist das hier? Teppich? Reduziert Splitter in den Füßen. Hä? Okay. Ist wahrscheinlich auch irgendwo ganz gut. Hier, Netz! Sammelnetz! Automatisch Objekte ab, die hier reintun. Wir brauchen Planke, Seil und Nagel. Alles da reintun, wenn du das hast. Ich tue die Planke rein. Erforschen. Ach so, ich glaube aber. Wo tue ich das denn rein? Doch, doch, okay. Ich glaube, es ist jetzt erforscht. Okay. Dann brauche ich einmal... Aber wo tue ich es hin? In das Inventar oben rechts in die Ecke davon, okay? Dann muss man, glaube ich, das Seil reintun. Einmal erforschen drücken. Und jetzt brauchen wir nur noch Schrott oder Nagel oder sowas war das. Sorry. Aber ich kann hier nichts machen. Es geht nur, wenn ich drin bin. Dann sammel weiter, während wir sind, okay? Wir brauchen so viel Holz und so viel Kunststoff, um unser Floß einfach mal ein bisschen größer zu machen, damit nicht, wenn der Hai hier kommt, irgendwas hier wieder abbaut. Also... Ja, also wir bräuchten vor allem wirklich diese Angel, weil wir haben jetzt nichts mehr zu essen. Oh, der Hai ist nicht! Nein, das war kaputt! Nichts, nichts, nichts. Nichts Wichtiges! Oh Gott! Gott sei Dank! Wir können halt nicht mal die Nacht überspringen, weil wir jetzt keine Betten haben. Weil alle Betten kaputt sind und die sind so teuer um die neu zu machen. Deswegen machen wir gerade auch noch mal ein bisschen längere Folge, um noch mal ein bisschen zu sammeln. Wir gehen noch mal in Zeit drauf rein, weil wir müssen jetzt einfach sammeln, 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 um hier neu voranzukommen, endlich. Musik 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 Die Sonne ist wieder am Horizont aufgestanden, Leute. Wir haben richtig fleißig gesammelt hier die ganze Nacht über. Und wir haben damit auch geschafft zu bauen. Genau, Leute, seht ihr hier mit dem Bauhammer. Ihr habt es wahrscheinlich am Zeitraffer gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Komm zurück, Kati, Kati! Ich komme! Nein, da! Oh Gott. Wo hast du die betroffen? Ja. Nein, stell doch mal auf! Was ist da? Ich bin da. Du musst relativ nah ran schwimmen und dann drückst du zum Springen. Nicht zu nah dran, nicht zu weit weg. Ja, ich schwimme immer versehentlich dann drunter. Eieieiei, da bist du wahrscheinlich zu nah dran. Alles gut. Dein Haken ist immer noch irgendwo, ne? Der ist immer noch hier. Ja, also den würde ich mal einziehen. Ja, ja. Ich habe alles hier am Start. Guck mal, was ich hier gesammelt habe. Kati hat auch gelernt, dank eurer Tipps, danke nochmal, wie man hier ordentlich einsammelt. Deswegen haben wir alles möglich jetzt am Start. und wir können jetzt auch hier in unserem Erforschungsbuch, hier kann ich jetzt einmal Nägel nämlich reintun, erforschen. Zack. Und jetzt haben wir nämlich das Netz... Hilfe! Ey! Geh weg, du! Was soll die Scheiße? Ist egal, geh weg, geh weg, Kati! Spring da runter! Spring da runter! Spring zurück, zurück, Kati! Alles gut, es passiert nichts. Es passiert nichts. Alles gut. Ich stand weit genug weg, alles gut. Okay, dahin so. Ich muss mehr Vertrauen zu dir haben, Kati, glaube ich. Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Also mein Vertrauen wurde ein bisschen halt vom Anfang an hier in Raft ein bisschen runtergezogen. Muss ich halt zugeben. Deins? Wer hat mich denn sterben lassen? Ja, aber wer ist überhaupt erst mal gestorben? Ja. Ja. Aber jetzt, weißt du, jetzt habe ich gesehen, ja, jetzt hier mittlerweile, okay, der war wieder ein bisschen, oder? Ja. Aber nach und nach, siehste, lernt die Kati jetzt ja auch, wie man die Sachen hierher holt. Das ist gut. Oh, ich muss dringend was essen. Unsere Essensproduktion geht auch voran, sag ich, ja. Also, kann man schon sagen, das geht hier voran. Das muss ich dringend essen, weil sonst sterbe ich hier gerade. Wo ist das Essen hingegangen? Ich muss da. Garte rüber. So, einmal schön essen. Das ist alles hier wieder in Butter. Können wir auch noch mal schön Süßwasser trinken. Süßwasser wieder nachfüllen. Und dann geht das hier auch wieder ordentlich voran. Aber ich wollte natürlich eigentlich jetzt hier unser Netz endlich mal gucken. So, weil eigentlich habe ich jetzt alles erforscht, was wir für das Netz brauchen. Wenn ich richtig verstehe, wie das funktioniert. Weil eigentlich muss man diese Werkzeuge, diese Materialien reintun, dann auf Erforschen gehen und dann hier nach und nach bekommt man halt alles, was man so braucht. Und hier links müsste irgendwo das Netz sein. Da ist das Netz. Hier. Okay. Und wir können es jetzt. Ich habe alles reingetan. Das heißt, jetzt lernen. Zack. Und ich habe es. Du hast gelernt. Sammelnetz. Okay. Und das Sammelnetz, wo ist das Sammelnetz dann jetzt? Boah, dann mach das mal schön hier vorne hin. Da kommen drei Fässer. Aber wo ist jetzt das Sammelnetz, weißt du? Wahrscheinlich irgendwo in deinem Invental, ne? Hilfe! Wo, wo, wo? Was? Karte, wo bist du? Komm zurück! Komm! Spring! Also, ich habe echt noch Probleme. Ich kann nicht... Näher ran! Komm! Du schaffst es! Okay. Wenn... Es tut mir leid. Ich brauch das fast. Der Heil kommt! Oh mein Gott. Ich kann nichts machen! Komm! Schnell! Los! Oh Gott! Okay. Kleiner Tipp für dich. Versuch nächstes Mal... Ich sollte nicht runterfallen. ...auf die Vorderseite vom Schiff zu gehen. Ja. Auf unserem Float. Ich finde, jetzt ist schon ein Schiff so groß wie es ist, ja? Ich finde, es ist jetzt schon ein Schiff. Guck mal, man kann es sogar symmetrisch vorne machen. Kann man so bezeichnen. Zack! Guck, jetzt ist es symmetrisch vorne. Jetzt... Spätestens jetzt ist es ein echtes... Ein echtes richtig gutes Schiff. Einzige große Problem, was wir noch haben. Wir können immer noch nicht unser Netz machen, weil ich nicht weiß, wo. Doch hier! Bei Sammelnetz. Wo denn? Neben dem Bett. Warum auch immer bei Bett das andere ist? Okay. Ah ja, ich sehe es. Ich brauche Seile. Seile? Ich habe drei Seile. Ich habe alles, ich habe alles, ich habe alles. Herstellen. Ich habe alles. Es ist hergestellt. Wo ist es hier? Wie funktioniert dieses Netz? Okay, ich kann es hier sozusagen hin machen. Ich tue es einfach mal hier hin. Zack. Hier ist jetzt das Netz. Okay. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert. Achso, wir müssen da dann drüber fahren. Mal sehen. Ja! Jawoll! Das heißt, wenn man so ein Netz komplett außen um das Boot machen würde... Ja, das müssen wir machen. Überall Netze hin. Wir brauchen noch mehr von diesen Netzen, dann machen wir die überall hin und dann kriegen wir automatisch Sachen gesammelt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Hai das kaputt machen kann. Deswegen würde ich so machen. Aber jetzt wahrscheinlich geht nichts mehr rein, oder? Doch! Ich glaube, es geht jetzt runter durch, oder? Ja! Nice! Sehr gut. Dann müssen wir es gar nicht außen rum machen, sondern möglichst innen eigentlich, damit der Hai das nicht kaputt macht. Mhm. Okay? Nice! Okay. Das ist Fortschritt, Leute. Wir haben jetzt unser Boot. Auch wenn es jetzt wieder hässlich ist, das müssen wir jetzt wieder schöner machen. Aber es fängt jetzt an und wir fangen jetzt an, automatisch Sachen zu sammeln und damit natürlich viel effektiver zu werden. Und die nächste Insel, die kommt, die werden wir erobern. Okay? Die nächste Insel, die kommt, da werden wir zum ersten Mal, glaube ich, dann richtig schön mal drauf gehen, das alles machen. Das ist der Plan, Leute. Vielen Dank euch heute aber nochmal fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann drückt nach oben. Nächste Folge von Ravcom in drei Tagen. Und morgen geht es weiter mit wahrscheinlich Hello Neighbor von mir. Könnt ihr auch rauschecken. Und übermorgen kommt von Kati Sims Let's Play. Also. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann drückt auf jeden Fall Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Macht's gut. Das war's für heute. Tschau tschau. Untertitelung des ZDF, 2020